Willkommen zu einer weiteren Folge Fußbomission 19 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, mir ist das Spiel leider halbgestürzt, nachdem wir 0-1 gegen Wolfsburg verloren haben. Und jetzt fangen wir in der Woche vor dem Spiel gegen Wolfsburg schon wieder an. Das ist so eine ... Punkt, 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 Punkt. Ja, das nervt. Ja, ich bin mir echt gespannt, ob wir das jetzt erfolgreich gestalten können, das Spiel. Jedenfalls müssen wir jetzt unsere Rotation 1 nehmen oder nehmen wir die 2? Das ist die Frage. Ach, wir nehmen einfach die 1, ist egal. Ähm, ja. Ja, volle Kanne. Dann nehmen wir hier, ähm, langer Hafer. Und, alles weiter bleibt so wie es ist, dann geht es weiter. So. Nochmal, Textmodus gegen Wolfsburg. Wir hatten jetzt das vorige Spiel mit 3-2 gegen Dortmund gewonnen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, wir hatten das Spiel schon mal gespielt, der 1 war verloren. Ich wollte das ganze, ich hab das Video beendet, wollte, ähm, das abspeichern. Spiel, ich, geht der Manager einfach aus. Das ist mir noch nie passiert, erst mal. Naja. Es läuft. Das ist das Schöne. Hinweis vom Assistenten. Neue Mitgliederkampagne. Wie haben wir jetzt gekriegt? Vorhin waren es 10.000, jetzt sind es auch 10.000. Na doch, passt das jetzt. So. Okay. Okay. Das passt alles. Und jetzt können wir wieder im Textmodus vordringen. So, Textmodus und los geht's. Äh, wollen wir gleich mal ruhig spielen. Die ganze Sache ruhig angehen lassen. Dann gucken wir mal, was passiert. Zuna Postor. Und 0.1 für Wolfsburg. Natürlich. War ja klar. War ja klar. Immer so klar, ey. Das nervt auch immer. Ja. Hätte eigentlich rote Karte kriegen müssen, der Pille Mann. Lackerdale. Ab jetzt wird's voll. Alter, wo ist denn das jetzt hier? So, voll drauf. Boah. Boah. Das ist wieder so ein Herzinfarkt. Text. Oh Mann. Und 1 zu 1. Und 1 zu 1. Jawohl. Sali Ötchan. 7. Saisontor. Kurz vor der Halbzeit. Sehr gut. Gibt nochmal Power für die zweite. Gut. Das ist doch gut. Ja. Ja. Die Abwehr sieht scheiße aus, ey. Alter, hier sollte man richtig Power geben, ey. Gut. Dann wollen wir mal auf 44% stellen. Und hier auf 32%. Sicherere Pässe nach vorne. So. Der Co-Trainer macht die Auswechslung. Sehr gut. Und. Assistent. Und weiter geht's. Jetzt wird sofort drauf gehangen nach der Halbzeit. Dann müssen wir wieder die Maus suchen. Wo ist meine Maus? Da ist die Maus. So. Niklas Hauptmann. Gelbe Karte. Toll. So. Erlanger Eindruck vom Mafio. 2 zu 1 durch Ötchan. Sehr gut. Ne. Limdius. Oh. 5. Saisontor, Junge. Trotzdem wirst du vertickert. Laszlo Benesch. Hat die gelbe Karte gesehen. Na so ist das halt, ne. Modest. Ganz Parade eigentlich. Kann klären. Sehr gut. Konter des 1. FC Köln. Kein Problem für Castells. Wird nochmal voll drauf gegangen jetzt. Konter. Ah. Glanzparade. Ecke von rechts. Ah. Wie ist da nix passiert? Gelb rote Karte für Hauptmann, na. Es ist unglaublich. dann müssen wir was ändern kann bleiben ne müssen wir was ändern hahaha schnell die Aufstellung schnell die Aufstellung so nehmen wir den Banish als zentraler defensiver mittelwertspieler und dann tauscht der Banish mit Marien sicher ist das so weiter geht's so und hab jetzt wird hinten dicht gemacht mal gucken ob das klappt und 2 zu 2 das ist doch nicht mehr normal ey modest jetzt wird gestürmt und 2 zu 2 das ist doch nicht mehr normal ey so mal gucken ja 88 min jetzt kommt da kommt das dann kommt das Glanzparade ja 2 min nachspielzeit und Ende 2 zu 2 gespielt naja immerhin haben wir noch 2 zu 2 Europa wir kommen jawohl das war ja vorher schon klar so mal gucken so die Saison ist beendet wir sind dritter geworden weil Leverkusen gewonnen hat dann ist das halt so dann wünsche ich euch einen schönen Tag wir sehen uns dann morgen beim Spiel gegen Hoffenheim im DFB Pokalfinale bis morgen dann tschau tschau bis morgen bis prescription bisργ bis 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 bis